Kirchenraum Wir schätzen uns überaus glücklich, dass wir diesen wunderbaren Kirchenraum seit mehr als 30 Jahren bespielen dürfen. Man findet hier eine einzigartige Symbiose von Raum und Klang. Die großartige Akustik begeistert gleichermaßen Publikum und Ausführende und setzt man einen ersten Schritt in das Kircheninnere, dann spürt man sofort diese besondere Atmosphäre, die diesem Kraftplatz inne ist. Für den heutigen Sommer erwarten wir eine bunte Schar an Musikerinnen und Musikern. Wir freuen uns auf das Publikum und eins ist gewiss, es wird herrlich klingen. Ich freue mich sehr, dass der Musiksommer St. Leonhard starten kann. Das ist ein heiß ersehnter Augenblick, dass wir wieder in die Normalität des Kulturlebens zurückkommen. Und der Masuk Sommer St. Leonhard hat seinen Platz gefunden und stellt ein weiteres Edelsteinstück in dem reichen Diadem an großartigen Kulturveranstaltungen im gesamten Land dar. Es ist auch dieses Jahr wieder ein wirklich hochinteressantes Programm gemacht worden mit sehr, sehr guten Künstlern. Der merkbarte Handschrift von Horst Hofer, auch die von Klaus Albrecht Schröder. Ich freue mich, dass er die Schirmherrschaft übernommen hat und wünsche dem Musiksommer St. Leonhard 2021 allen erdenklichen Erfolg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Musiksommers St. Leonhard Obthamsweg, ich lade Sie wieder ganz herzlich ein, an einem oder an mehreren unserer Konzerte, die wir in dieser wunderbaren Leonhardskirche veranstalten, zu besuchen. Aufgrund seiner Ausstattung, aufgrund der Proportion dieser Kirche, haben wir ein akustisches Umfeld vor uns, das fast die Qualität hat des berühmten Goldenen Musikvereinssaals in Wien. Ich lade Sie herzlich ein, an einem dieser Konzerte teilzunehmen und uns in diesem wunderschönen Lungau, diesem herrlichen Bezirk Tamsweg aufzusuchen, inmitten der schönsten Landschaft, die man sich wünschen kann, der Musik zu lauschen, die uns geschenkt worden ist. Beinahe 600 Jahre ist St. Leonhard in Damsweg ein besonderer Ort der Begegnung. Walfahrer suchten und fanden hier in dieser Kirche eine neue Gottesbeziehung. Seit gut 30 Jahren organisiert hier an diesem besonderen Ort Horst Hofer eine Begegnung mit Musik in einem besonderen Klangraum. Ein Kulturerlebnis, das man sicher nicht so schnell vergisst. Ein Höhepunkt im Kultursommer hier im Lungau. Auch heuer findet zur großen Freude von uns allen wieder der Musiksommer 2021 im UNESCO-Biosphärenpark Salzburger Lungau statt. Darüber freuen wir uns sehr und wir freuen uns auch, dass wir schon seit vielen Jahren Partner sein dürfen in dieser hochkarätigen Veranstaltung. Und ich möchte die Chance nutzen, auf diesem Wege Horst Hofer und seinem gesamten Team noch einmal zu gratulieren für diese ausgezeichnete Veranstaltung, die so wichtig ist für kulturelle Angebote in unserer Region. In diesem Sinne wünsche ich dem Musiksommer 2021 gutes Gelingen und freue mich schon auf wunderschöne Konzerte. Vielen Dank. Vielen Dank.